und willkommen zurück zu 7 days to die immer noch hier unten anbauen unseres schlafzimmers ja so so hier oben haben wir auch wieder jede menge sand dabei und ein level ab gleich die decke wieder abstützen ja könnte enger werden ich habe gerade gedacht ich habe hier eins zu hoch gesetzt naja wir haben aber nur noch neun stück und da kommen wir jetzt hier mit der restlichen decke leider nicht mehr hin aber das ist ja auch nicht so schlimm lange wie wir schon mal fertig sind mit buddeln weil das ist ja was hier ewig aufhält so ja da bauen wir die restlichen jetzt noch rein die wir haben wie gesagt reichen tut es bei weiten nicht das war's wir können mal gucken ob wir noch ein paar bauen können so viele machen wir uns erstmal nicht machen auch mal ein bisschen weniger so 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 ein paar von den dinger noch produzieren ja das sollte auch erstmal reichen um das hier fertig zu machen ja gut könnte enger werden ne das kann man noch nicht machen da muss ich jetzt erstmal hier das noch aufwerten so und das war ein so genau fertig so jetzt haben wir nur noch drei 4 8 12 13 brauchen wir noch so ja gut ich produziere noch welche halt hier ging es rein vergessen auf die schnellwaltest zu legen so naja was habe ich denn hier gemacht natürlich vergessen ja was soll denn das aber jetzt halt ich habe gesagt ich wollte den beton jetzt erstmal nehmen für oben ok so da sind wir mit dem raum aus mal fertig wir machen oben weiter so natürlich da haben wir was wir hier produzieren so ich hoffe ich habe naja viel habe ich nicht und gleich weiter produzieren so jedenfalls müssen wir oben unbedingt die mauerwaage machen es ist ja schon wieder tag 12 16 uhr so naja so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wie sehen die Spikes eigentlich aus? Die müssen repariert werden. Hier oben war eins, das repariert werden muss. Hier sieht es ganz gut aus. Noch alles da. Hier ist auch noch alles da. Es muss halt repariert werden. Hier fehlt den zwei, worum auch immer. Hier repariert, hier fehlt einer. Ja gut, das geht aber alle mal noch. Sieht noch gut aus. So. 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 Gleich mal wieder was mit runternehmen, wenn wir einmal hier oben sind. Tee brauchen wir im Moment nicht zu machen, gell? Da haben wir ja eigentlich erst mal genug. So. Hier haben wir noch Wasser. Hier haben wir auch noch Wasser. So. Und das kommt in die Sablykiste. Benzin. Benzin brauchen wir zum Moment noch nicht. weil wir haben noch kein Moped. Ich müsste mal sehen, dass ich mir so einen Bergbauhelm mache. Den brauche ich irgendwie mal. So. Dam, 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 di, dam, di, da. Genau. Kommt hier rein. Da oben tobt sich wieder eine andere Armeis. So. Mal gucken. Was hast du denn hier schon fertig für mich? Das kann man gleich mit rübernehmen hier. Ups. So. Dann. So viel brauche ich nicht. Das ist drin. So. Ich lasse für mich. Das hast du für mich gut. Da kann ich gleich schon mal gerade machen. Was hast du für mich an Metall? Nicht gerade viel. So. Na ja. Geht's weiter. Dann geht's weiter. Ups. Die Wupps. So. Das war klar, dass du runterfällst. was? Okay. Okay, ich hab wieder alles aufgebraucht. Mann, das ist aber... Mann, was wir hier für Rohstoffe brauchen. Das ist... Das darf sich keiner erzählen, ey. So, wo gab's denn jetzt schon wieder Probleme hier? So, hast du was Schönes für mich? Na ja. Wer da hier ist, ist Tag 12, überall Hunde. Äh, ich geh auch gleich wieder rein. Okay. Ich geh auch gleich wieder rein, weil mit den Hunden möchte ich nichts zu tun haben. Ja, also. Ich guck mir die Hunde lieber hier vom Weiten an. Na ja, müssen wir dann halt noch ein paar Spikes bauen. Das ist nicht das Problem. Die sind ja relativ, relativ schnell gebaut. Das werden wir dann alles noch zur Horde brauchen. Nehmen wir hier mal hier noch alles mit hier. Ach, die ganzen Dosen hier. Scheiße. Aber es ist halt alles Essen, gell? Das ist halt alles Essen. So, nochmal Wasser. Also, nochmal Wasser. Wir werden ja fast nochmal Key einsetzen, ne? Sollte eigentlich nicht. Oh, das liegt bestimmt noch dran, dass ich hier dann hier vom Feuer stehe. Könnte ich wetten. Wir haben noch eine Kartoffel. Hier haben wir noch Tierhaut. Das könnten wir normalerweise mal zu Leder verarbeiten, gell? Und jetzt hier die ganzen Dosen. Die ganzen Scheißdosen. Künchenrationen, große Rindfleischrationen und ach, was weiß ich, was hier nicht alles dabei ist bei den Dosen. So. Hier haben wir noch Medizin gehabt. Ne? Medizinzell kann man noch gar nicht alles runterräumen. Ach, scheiße. Ja gut, Leute. Aber ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.